Nancy Faeser hat bei Maybrit Ilna mal wieder richtig klargemacht, dass sie in einer völlig anderen Welt lebt. Ich möchte aber noch mal eins, wenn Sie erlauben, sagen zu dem, was Herr Spahn über die Ampel gesagt hat. Die Ampel ist besser als ihr Ruf und ich will wirklich noch mal dafür werben. Und das ist wirklich noch das harmloseste. Denn als sie dann noch anfängt von Selbstkritik zu sprechen... Okay, ich kann ja nicht alles vorwegnehmen, fangen wir beim Anfang an. Wir haben eine Reihe von anderen Maßnahmen getroffen. Wir haben letztes Jahr im Oktober stationäre Grenzkontrollen gemacht, vorübergehende Grenzkontrollen. Mussten Sie auch überredet werden? Nein, ich musste nicht überredet werden, sondern wir haben sie gemacht, um vor allen Dingen die zunehmende Schleuserkriminalität zu verhindern, um die irreguläre Migration zurückzudrängen. Wie sie sich auch hier wieder rausreden will, es hat ewig gedauert, bis sie darauf reagiert hat. Die Gewerkschaft der Polizei vermutet sogar, dass der Rückgang der vergangenen Wochen nur zu einem geringen Teil auf die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser angeordneten Grenzkontrollen zurückzuführen ist. Hauptgrund ist, dass die Anrainerstaaten und deren Nachbarn ebenfalls den Grenzschutz verstärkt haben. Der Herr Kasi muss jetzt aber erstmal nochmal richtig auf die AfD hauen. Welche Recherchen es von einem Magazin gegeben hat, nämlich Korrektiv, Rechtsextremisten und eben auch maßgebliche Politiker der AfD, denen geht es offensichtlich nicht darum, Migration in irgendeiner Art und Weise zu ordnen oder zu begrenzen. Die wollen völkische Reinheit. Für sie ist das eine neue Erkenntnis oder eigentlich nicht? Absolut nicht. Die Tonalität ist ja so nach dem Motto, wie kriegen wir die alle los? Also ich habe ja immer das Gefühl, eigentlich bin ich hier eine Belastung und muss weggehen. Er bedient das Narrativ natürlich wieder auf billigste Weise. Nein, die AfD hat kein Problem mit gut integrierten Menschen. Aber da mir das natürlich wieder keiner glauben wird, fragen wir doch mal eine AfD-Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Nein, meine Eltern und ich haben keine Angst vor einer Deportation. Wir von der AfD fordern schlicht und ergreifend die Anwendung geltenden Rechts zur Ausweisung von Menschen ohne Bleiberecht und von ausländischen Straftätern. Das eigentliche Problem ist, dass ihr die Menschen bei der kleinsten Kritik an der Migrationspolitik in eine Ecke stellt und ihr deren Ängste völlig ignoriert. Erstens mal die Sorgen und Nöte ernst nimmt. Darüber hat man sich oft lustig gemacht. Gebe zu, auch ich manchmal. Ja, schön, dass sie das wenigstens zugeben. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie keinerlei Repression fürchten müssen. Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der es akzeptiert ist, sich über Menschen lustig zu machen und diese sogar auszugrenzen, nur weil sie die Migrationspolitik kritisch sehen. Wenn 20 Prozent sagen, sie können sich vorstellen, die AfD zu wählen. Die sind offenkundig nicht alle rechtsradikal. Ich würde sogar vermuten, die Mehrheit von denen ist nicht rechtsradikal und will auch keinen rechtsradikalen Umsturz im Land oder eine andere Republik. Die wollen eine andere Politik. Oh, das sind ja ganz neue Töne. Trotzdem glaube ich, dass er das nur sagt, weil die Stimmung im Land ein bisschen gekippt ist. Es geht nicht nur um Zuhören, das ist der eine Teil. Und auch Diskussionsräume übrigens weiten. Dieses Gefühl, man könne bestimmte Themen nicht mehr diskutieren, hat sich sehr stark verbreitet. Eine große Mehrheit im Land will beim Thema Migration, Integration, aber auch bei einer Frage wie Bürgergeld. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Erhöhung einer Sozialleistung ein so breites Ungerechtigkeitsempfinden und auch Wut ausgelöst hat. Heizungsgesetz, die wollen eine andere Politik. Ja, da hat Jens Spahn tatsächlich mal recht. Aber jetzt wird es richtig unangenehm für Nancy Faeser. Und das merkt man ihr auch an. 80 Prozent der Deutschen vertrauen der Bundesregierung nicht. Platz 20 von 20, Frau Faeser, der Innenministerin, vertrauen Sie am wenigsten in einer Migrations... Das ist eine Bild-Zeitungsumfrage, Herr Spahn. Ja, das ist nur eine Bild-Zeitungsumfrage, die zählt nicht. Aber nein, es ist tatsächlich keine Bild-Zeitungsumfrage. Denn in der Quelle steht INSA Meinungstrend. Das ist also gerade keine Umfrage, die es auch manchmal bei der Bild-Zeitung gibt, die dann entsprechend eben nur die Bild-Zeitungsleser ausfüllen können, sondern von einer externen Agentur in Auftrag gegeben. Was mich jetzt aber wirklich schockiert hat, ist, dass Markus Söder auf den zweiten Platz gekommen ist. Kommen wir aber zurück zu Nancy Faeser. Denn die liegt jetzt richtig los. Dass wir an unserer Sprache arbeiten müssen. Ich habe zum Beispiel auch Herrn Amthor gesagt, dass es nicht in Ordnung ist von... Es sind 330.000 Erst-Asylanträge im ganzen letzten Jahr gestellt worden. Und er redet aber in dieser Gesamtheit der Zahl von irregulärer Migration. Das ist schlicht falsch. Nein, das ist tatsächlich nicht falsch. Denn grundsätzlich muss in dem Mitgliedsstaat der Asylantrag geprüft werden, in dem der Asylbewerber zuerst eingereist ist. Und es kann Deutschland nicht sein. Können Sie bei der Bundeszentrale für politische Bildung übrigens nachlesen. Und solche falschen Begriffe, falschen Zahlen so umzudeuten... Ja, wo wir schon mal beim Umdeuten sind. Warum reden Sie denn bitte bei dem sogenannten Geheimtreffen, was übrigens nicht geheim war, denn es gab auch normale Einladungen dazu, davon, dass es Sie an die Wannsee-Konferenz erinnert. Und anstatt von Remigration sprechen Sie ganz bewusst von Deportation. Und es ist ein großer Unterschied, denn Deportation bedeutet, dass man Menschen aus ihrer Heimat vertreibt, während man bei Remigration Menschen wieder in ihre Heimat zurückbringt. Und beide Begriffe haben Sie eins zu eins dem teils staatlich finanzierten Recherchezentrum Korrektiv entnommen, die hier einfach mal einen Zusammenhang zur Wannsee-Konferenz aus dem Hut zaubern. Jetzt kommt aber wirklich eine Aussage, mit der sie sich schon ziemlich blamiert. Ich möchte aber noch mal eins, wenn Sie erlauben, sagen, zu dem, was Herr Spahn über die Ampel gesagt hat. Die Ampel ist besser als Ihr Ruf und ich will wirklich noch mal dafür werben. Also die Leute sind schuld. Ja, nein, nein, das sage ich überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Aber ich möchte noch mal sagen, was uns auch in dieser Zeit gelungen ist. Wir haben in kürzesten Monaten die Energieversorgung komplett umgestellt. Nicht auf Sie, Frau Wieser, ich glaube, es ist jetzt eher nicht schlau, wenn Sie das alles noch mal aufnehmen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Das ist doch nicht der Punkt. Es geht schon um Dinge, die uns auch in dieser Konstellation gelungen sind. Man merkt, diese Frau lebt in einer völlig anderen Welt. Die Katastrophe mit der Energieversorgung, bei der sie es in kürzester Zeit geschafft haben, dass wir überteuertes russisches Öl jetzt aus Indien kaufen und wahnsinnig überteuertes und umweltschädliches Flüssiggas aus den USA. Und das will sie uns jetzt auch noch als Erfolg unterjubeln. Da fühlt sich sogar mal Britt Illner genötigt einzugreifen, wahrscheinlich damit ihre Umfragewerte nicht noch tiefer sinken. Leider ist Herr Spahn da auch nicht viel besser. Wir kümmern uns um die Migration. Eine Regierung, die Tag und Nacht streitet. Einen Bundeskanzler, von dem ich seit... In diesem Jahr habe ich ihn persönlich noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon im Bundestag war. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch da ist. Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß nicht, was er macht. Vielleicht lassen Sie mich noch mal ausreden, Herr Spahn. Ich wollte Ihnen ja nur sagen, bevor Sie jetzt sagen, wir haben doch alles super gemacht. Nein, das sage ich ja gar nicht. Es ist ziemlich viel Frust im Land. Und ich habe so den Eindruck, Sie leben irgendwie in Ihrer eigenen Wirklichkeit hier. Also ja, den Eindruck haben wir vermutlich alle. Aber nein, Herr Spahn, das Problem ist nicht, dass die Ampel häufig streitet. Sondern, dass sie Entscheidungen treffen, die scheinbar grundsätzlich gegen das eigene Volk gerichtet sind. Womit sie übrigens ihren Amtseid verletzen, dass sie Schaden vom deutschen Volk abwenden sollen. Ich meine, gut, für Herrn Habeck zumindest gibt es ja sowieso kein Volk. Von daher hat er sich da sehr gut rausgeredet. Aber jetzt kommt der allerbeste Teil von Frau Faeser. Und die anderen sind irgendwie... Und das müssen Sie mir auch nicht unterstellen, weil ich eigentlich gerade sehr selbstkritisch was sagen wollte. Oh, Frau Faeser sagt was Selbstkritisches. Na, da sind wir aber gespannt. Natürlich dürfen wir nicht öffentlich streiten. Da bin ich ganz der Meinung, dass man das anders regeln muss. Ich habe große Gesetzgebungsvorhaben im letzten Jahr und diesem Jahr auf den Weg gebracht. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. So etwas wie das... Heute das Rückführungsgesetz, wenn ich das sagen darf, Frau Illner. Und wir haben darüber nicht öffentlich gestritten. Was? Das war die Selbstkritik, Frau Faeser? Indem Sie sagen... Natürlich dürfen wir nicht öffentlich streiten. Und selbst diese Aussage müssen Sie noch relativieren, indem Sie von wir sprechen. Und dann geht es natürlich gleich wieder zu Ihren persönlichen Erfolgen. Ich habe große Gesetzgebungsvorhaben im letzten Jahr und diesem Jahr auf den Weg gebracht. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Indem hat gesagt, so etwas wie das... Heute das Rückführungsgesetz, wenn ich das sagen darf, Frau Illner. Das grenzt schon wirklich an. Narzissmus. Und dann lobt sie sich noch für das Rückführungsgesetz, bei dem jetzt 600 Menschen zusätzlich abgeschoben werden sollen. Im Jahr. 600 Abschiebungen mehr, nicht pro Tag, nicht pro Monat, pro Jahr, muss man dazu sagen. Pro Tag im letzten Jahr kamen etwa 1000 Menschen nach Deutschland einfach eingereist. Davon ist mindestens die Hälfte etwa ausreisepflichtig. Christian Lindner, der Finanzminister, sagt, endlich passiert was, wir haben uns geeinigt. Und dann kommt ein Gesetz, das keinen Unterschied machen wird im Alltag. Also es wird ja nichts verändern. Und dazu muss man ja auch noch sagen, dass es vermutlich nicht einmal zu diesen 600 Abschiebungen kommen wird. Denn die Grünen haben durchgesetzt, dass jedem abzuschiebenden Flüchtling ein Pflichtanwalt zugewiesen werden muss. Natürlich auf Steuerzahlerkosten. Das Ganze ist so lukrativ geworden mittlerweile, dass eine regelrechte Industrie darum entstanden ist. Wir haben ziemlich viele Verbände und Anwälte, die rund um das Thema Rückführung ziemlich viel Geld verdienen und auch machen. Und die haben entsprechend dann natürlich auch überhaupt kein Interesse mehr daran, dass sich irgendetwas ändert. Übrigens genauso wenig wie Frau Faeser selbst, wie man ganz deutlich an diesem Gesetz sieht. In einer Zeit, wo dieses Land so polarisiert ist, machen Sie ein neues Staatsbürgerschaftsrecht, das dazu führt, dass wir mehr Doppelstaatler haben, vor allem mit türkischem Pass noch dazu. Protokollerklärungen der Grünen, die sagen, wer aus religiösen Gründen einer Frau nicht die Hand gibt, wird trotzdem eingebürgert. Das haben Sie heute beschlossen. Und dann wundern Sie sich, dass die Leute durchdrehen. Ja, genau das hat sie gemacht, nämlich das Staatsbürgerschaftsrecht abgeschwächt. Man kann jetzt schon nach drei Jahren den deutschen Pass bekommen, wenn man besondere Integrationsleistungen vorzuweisen hat. Wie zum Beispiel gute Leistungen auf der Arbeit oder gute Sprachkenntnisse. Ansonsten dauert es statt acht jetzt nur noch fünf Jahre, bis man den deutschen Pass erhält. Ja, da kann man wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Wenn es trotzdem gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja vielleicht auch über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken. Bis zum nächsten Mal.